Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenka Ishii, wir machen weiter mit destruktiver Majin, die Saga, jetzt kommt Gotenks nämlich gegen Majin Buu, bzw. Majin Buu gegen Gotenks, und ja, bin ich mal gespannt, wie das ablaufen wird, ihr wisst ja, anfangs gute Laune, gegen Ende des Parts wieder eher schlechte Laune, woran das wohl liegt. Drecksgame, egal, fangen wir mal an. Okay, das erste Mal, dass wir ja so Bobo haben. Okay. Oh, das, der ist gar nicht so langsam. Schön, dass sich die Perspektive geändert hat. Ja, ich bin sogar zu langsam danach. Das ist ja super. Mal gucken, was er kann. Super Mondblitz. Das zieht einiges ab. Vertilgung der menschlichen Explosion, irgendwas. Ja, und das andere ist ja Explosieren. Explodieren, meine ich. Und deswegen wenden wir den. Jetzt. Hier. Und jetzt. Ah, es sollte nicht so sein. Wenn ich nicht gewinnen kann, dann wird der ganze Planet verletzt. Okay, dann haben wir das jetzt auch hinter sich. Hinter sich hier. Äh, gib bloß bla bla bla. Was kommt jetzt? Kidbo gegen? Oder Vegeto gegen? Ah, okay. Kidbo gegen Super Vegeto. Super Finisher muss ich machen. Okay. Kein Problem. Jetzt muss ich echt Vegeto verkloppen. Dies ist doch blöd. Ich mag nicht so, bei Vegeto zu verkloppen. Ich mag ihn. Naja, egal. Warum holst du mich an, Majin-Boo? Boo, weißt du, das Ruhm. Es riecht wie die Ruhm von früher. Ha! Sie haben nichts an mir. Bring es an und ich zeige es euch. Warum, du beibst du, Boo? Du beibst du, Boo? Sie beibst du, Boo? Ha! Dann leg ich mich auf den Test. Okay. Wieso bin ich jetzt eigentlich... Super-Boo? 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 Ist ja nicht so wichtig. Jo, Toast. Jetzt müsste es eigentlich reichen. Um ein super totes Bomber zu machen. Ja, der ist echt immer schneller als ich dann. Jetzt aber. Ach, der Todesbomber. Ich werde dich töten! Das kann nicht sein. Ich bin in meiner Form. Es gibt nichts mehr, was ich tun kann. Ich bin verletzt. Okay. So. bis eine bestimmte Militärung von Lohnheiten hier vorgekommen und nun die Spiele von Majin Buu sind all diese Ecke über dieses Land und es gibt niemanden zu hören Oh, wieso mit einem fetten Buu? Oh, ne Witz, wieso? Wieso gibt man mir nicht mal Kitt Buu? Wie wärs mal damit? Yeah! Ich werde dich töten! Und Janemba kann ja eh nicht reden! Weh, 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 weh! Weh, Janemba! Buh, Buh, Buh! Gah! Huh? Wer bist du? Ich liebe dich! Du bist überhaupt nicht Spaß! Also werde ich dich töten! Jaja, 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 Jaja! Wir wissen's! Holl, d'oeuf! Ahh! Oh, ein Trang! Da ist der Rimbau. Kann ich auch, John Amber. Ja, John Amber, du bist die übelste Herausforderung ohne Witz. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Die Dialoge sind hier in diesem Spiel auch sehr, sehr, sehr intelligent. So. Noch ein Dragon Ball und dann haben wir wieder alle. Psycho Ogre. Babys Rache. Ja, Halleluja! Wuhu! Endlich! Es war auch nur ein Kampf, aber verdammte Scheiße! Endlich! So. 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 Das wird jetzt auch nicht so super sein, aber egal. Japp. So, Bibi, geht doch. Jetzt gibt's Headnut. Kann ich auch. Ziehen kann ich nur nicht, wie's aussieht. So. Ach, jetzt kommt's. Und zieh Leine. Jetzt kommt's. Komm, lad auf, lad auf, lad auf. Komm, lad auf, lad auf, lad auf, lad auf, lad auf. Wie schön der noch in der Luft flog. Nur so nebenbei. Komm, lad auf, lad auf, lad auf, lad auf, lad auf. Ich verstehe. Ok, dann haben wir das jetzt auch. Ja, jetzt verpisst euch doch, ihr scheiß Dragon Balls. Ohne Witz, das dauert immer so Ewigkeiten. Jep. Geh das, Revenge-Defball! Dankbar von der Gefahr des Universums, sie werden alle zurückkehren zu ihren friedlichen Leiden. Ok. So, jetzt kommt... Eroberung der Erde. Und der Weltkampf. Machen wir zuerst Eroberung der Erde. Und dann beenden wir das Ganze mit dem Weltkampf. Okay. Mit Bojack gegen... So ein Gohan. Ultimative So ein Gohan. So ein Gohan. Yeah, Bojack. Bojack ist Hammer. Bojack ist nämlich so langsam. Not a bad-looking planet. At all. Bojack? You're still alive? You're that rotten little kid from way back. My luck. This is perfect. I can take over the Earth and satisfy my thirst for revenge at the same time. You can try, but you'll fail. That's enough out of you. Nein, das wollte ich noch gar nicht. Ich wollte Grand Smasher machen. So, jetzt machen wir einmal noch die Ulti. Der trifft mich hier nicht. Ha, ich wusste es, der trifft mich nicht. So, jetzt machen wir einmal noch die Ulti, dass man die auch mal sieht. Der findet mich gerade nicht. Ja, Galactic Buster. Final Flash für Arme. Ne, nicht ganz. Nur ein bisschen. Wie kann das sein? Nein! Vater! Goten! So, was ist der nächste Kampf? Broly bestimmt, oder? Broly gegen Vegeta. Mal gucken. Ja, Broly gegen Vegeta. Besiege den Gegner, macht wohl. So, dürfen wir auch mal mit Broccoli spielen? Ha, ha, ha. Oh, okay. Los geht's. Yeah, Broly ist so übel schnell. Mal gucken, was der kann. Das kann ohne. Was natürlich nicht getroffen hat. Höchstkranzbund. Uh, das kann Brody. Interessant. Der ist Kanone. Zieht auch einige gesagt. Jetzt machen wir einmal noch die Ulti und dann ist es klappt. Vorbei. Yeah, ich komm nicht hoch. Ey, wegen dem Baum. Also, die Megastarken machen mir die restlichen Strahler noch nicht mal was aus, wie es aussieht. Ha, ich ja praktisch. Wie geht der Kampf eigentlich auch noch was anderes? Wurfblaster. Huh, hat sogar alles abgezogen. Du gewinnt? Nie. Kakarot. Ich überle Einer Schuhe Wobei ich glaube in den Teil kann alles kommen Okay Metal Freezer gegen Super Saiyan 3 und Goku Weil ja Freezer eigentlich rein theoretisch so ne mega Chance gegen dreifachen Super Saiyan hat Oh ne Witz Egal Metal Freezer ist okay Mit dem spielt man gerne mal Wow Freezer You've certainly lost some of your looks over the years Likewise my monkey friend If you didn't learn your lesson the first time Then I guess I'll just have to teach you again I'll beat the Saiyan right out of you Okay Ready go Todesball Okay Was kann er als normale Attacke? Das war die nach vorne Attacke Todesstrahl Okay Was ist dann seine mega Attacke? Erstmal verkloppen wir ein bisschen zum Goku Äh ich denk mal Ich seh wieder so viel So ich denk das reicht Was ehrlich zu Explosionswelle Wie öde Das ist doch mal behindert Ja okay Tschüss dann Goku Wer hat denn sich das ausged... Wie kann das passieren? Wie kann das passieren? Die Erde wird verloren sein.